ja hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu RAC CD Steps heute hier wieder bei VRC Pro im Wochenevent auf der Kappe 2 mit dem 1.10 Turnwagen Spec ich würde sagen wir schauen direkt einmal rein wen wir hier am Start haben und natürlich auch mit was wir haben den Mirko Salmi am Start hier mit einem Keosho dann haben wir James Connolly mit am Start auch mit einem Keosho dann haben wir Holger Spawier auch wieder mit am Start mit einem Intercept hier unterwegs meine Wenigkeit auch mit am Start mit einem Serpent S411 dann haben wir den Dimitri mit am Start mit einem Intercept der Florent auch hier wieder in den Top 10 mit einem Intercept der Bruno mit einem Intercept unterwegs Ab und Takashita auch hier wieder in den Top 10 mit einem X-Ray dann haben wir hier den Oliver Havnek wieder mit am Start auch hier zum zweiten Mal hintereinander in den Top 10 mit einem X-Ray und last not least Yasunaga aus Südafrika mit einem Intercept hier unterwegs und wir schauen mal hier nach vorne zum Mirko der hat schon 1,3 Sekunden Vorsprung auf den Connolly die Hälfte ist jetzt um auch Mirko hat hier sogar mal einen Fehler mit drin gehabt mit einer 11,6 jetzt eine 11,3 Mirko, James, Dimitri, Holger, Mahnwinnigkeit, Bruno, Florent, Oliver, Takashita, Yasunaga so ist momentan hier die Einfolge und wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr ich schau mal hier beim Dimitri S30 noch auf der Uhr schau mal hier So, die letzte Minute läuft. Wir schauen mal nach den schnellsten Randrunden. Mirko, 10-8, 8-8, James, 10-9, 4-2, Limitri, 11-0, 6-6, meine Wenigkeit, 11-0, 4-6, wenn wir hier sind wir. Oliver, 11-0, 6-2, Bruno, 10-9, 1-6, Florent, 11-0, 0-8, Oliver, 11-0, 6-6, Zaccashita, 11-1, 1-2 und Yasunaka, 11-1, 3-2. Hier haben wir die Wande gepisst und Timeless Finish. Mirko noch und jetzt sind alle Fahrer fertig. Wir warten hier auf die Endrangliste. Die ist hier. Mirko gewinnt vor James, Mir, Dimitri, Holger, Bruno, Oliver, Yasunaka, Takeshita und Florent. Das war's heute hier wieder mit dem Wochen-Event. Und wir sehen uns morgen hier wieder bei AC 60 Stöpsel. Bis dahin. Ciao, ciao. .